Radio SAW. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Heute? Death Havana and Holy. Heißt heilig. Und wurde Klasse übersetzt von der Klasse 8b der Ganztagsgemeinschaftsschule Lessing in Salzwedel in der Altmark. Die Geschichte erzählen euch Calvin und Lea. Ich habe mich zurückgezogen und schaue über meine Schulter. Ich versuche, mein Leben zu leben wie jemand anderes und all die leeren Wörter, die ich zu dir gesagt habe, zu vergessen. Da ist etwas in der Beziehung gewaltig schief gegangen. Es ist eine Krankheit, die ich nicht loswerde, bis ich alleine aufwache und mich schäme. Ich habe Angst, das Band zu durchbrechen, falls ich betrunken bin und dich brauche. Sie sind also getrennt, aber er kann nicht loslassen. Schuld an der Trennung sind sie wohl beide. Ich war ein Lügner. In deinen Augen werde ich nie heilig sein, aber du auch nicht. Denn ich weiß, hinter deinen Lächeln sind die Nächte, die du bereust und die Tage, die du nicht vergessen kannst, versteckt. Du kennst mich. Und wir werden nie heilig sein. Da haben wir es. Sie haben beide Leichen im Keller. Es muss sich aber was ändern. Wenn ich so weiterlebe, werde ich ein Wrack bleiben. Trotz all meinen Fehlern hoffe ich, dass es dir gut geht. Ich weiß ehrlich nicht, ob ich sagen kann, dass es mir besser geht. Aber wenigstens als wir zusammen waren, waren wir heilig. Hauli. Klasse übersetzt von der Klasse 8b der Ganztagsgemeinschaftsschule Lessing in Salzwedel. Könnt ihr euch jede Zeit in der SAW-Mediathek im Internet oder in der SAW-App für euer Smartphone anhören. Und eure Bewerbung für Klasse übersetzt mit mir könnt ihr auch rund um die Uhr abschicken auf radio-saw.de. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Nur hier auf radio-saw.